Steueroptimierung ist ein bisschen ein Volkssport, wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Und in diesem Zusammenhang wird in der Praxis sehr oft empfohlen, dass man im Rahmen von seinen Möglichkeiten einkauft, also zusätzliche Einkäuftätungen in die Pensionskasse, um die Einkommenssteuer entsprechend zu reduzieren, also zu optimieren. Was sagst du dazu? Ja, dank einem Pensionskasseneinkauf kann man die Steuern tatsächlich optimieren. Da geht es hauptsächlich um die Einkommenssteuer. Man kann zugleich auch noch die Vermögenssteuerbelastung reduzieren, weil ja bekanntlich die Vorsorgegelder, die man in der zweiten Säule und in der Säule 3a führt, dort nicht auf der Steuererklärung deklariert werden. Für mich als Berater stellt sich allerdings die Frage, ist es die reine Steueroptimierung, die im Vordergrund steht, oder sollte nicht die Gesamtoptimierung des Kundenportfolios im Vordergrund stehen. Und dann gibt es unweigerlich noch diverse Themen, die man ansprechen muss. Wenn ich dich jetzt so höre, das heisst also, es gibt Situationen, wo der Einkauf in Pensionskassen in dem Sinne Nachteile mit sich bringt? Aus steuerlicher Sicht bringt ein Pensionskasseneinkauf keinen Nachteil. Aber wenn ich an weitere Themen denke, dann kann es durchaus sein, dass man im Nachhinein betrachtet, möglicherweise erst feststellt, dass der Pensionskasseneinkauf tatsächlich zu einem Nachteil geführt hat im entsprechenden Kundenportfolio. Kannst du einige von diesen Themen genauer spezifizieren? Ja, die Themen, die man noch anschneiden sollte, bevor man einen Pensionskasseneinkauf macht, sind so die üblichen bekannten Fragestellungen nach dem Deckungsgrad der Pensionskasse, ein technischer Zinssatz, der auch wichtig ist in der Pensionskasse. Dann stellt sich für mich auch die Frage, welches Primatsystem führt die Pensionskasse. Dann ganz wichtig, welchem Gefäss wird ein Pensionskasseneinkauf tatsächlich gutgeschrieben. Oft stützen sich ja da Kunden auf Mindestverzinsung gemäss der gesetzlichen Bestimmung, denen heute aktuell 1,75%. Der gilt allerdings nur für den BVG-Teil und häufig sind Einkäufe am überobligatorischen Teil entsprechend gutgeschrieben. Dann ist für mich auch noch ganz wichtig, die gesamte Vermögenssituation vom Kunden zu erfassen, dass man eben sämtliche Mittel in diese Empfehlung berücksichtigen tut und schlussendlich auch das sogenannte ALM, Asset and Lability Management, also dass man wirklich hingeht und sagt, was hast du alles für Assets, was hast du alles für Verpflichtungen in künftig und dass man das aufeinander sauber entsprechend abstimmen tut. Das sind ein paar Themengebiete, nebst weiteren Fragestellungen, die sich aufdömen, die meiner Meinung nach vor dem Pensionskasseneinkauf sauber geklärt werden müssen. Du hast den Begriff Gesamtbeurteilung erwähnt und alles die Aspekte, die dort hineinfliessen. Welchen Aspekt, also aus deinem beruflichen Alltag, wird heute häufig zu wenig Beachtung geschenkt? Ja, zu wenig Beachtung haben eigentlich alle Themen, ausser die Steuern, wenn man so will. Es konzentriert sich fast alles rein auf die Steueroptimierung, was ja per se auch nicht falsch ist mit dem Pensionskasseneinkauf. Aber man müsste sich eben Gedanken machen, wie bei jedem Anlageentscheid, ja, was stimmt mir überhaupt für Alternativen zur Verfügung, oder? Und dann wird es ganz entscheidend, wiederum im Rahmen des gesamten Vermögensverhältnisses vom entsprechenden Kunden, dann ein fundierter Entscheid zu fällen. Und dann stellt sich eben vielleicht heraus, dass ein Pensionskasseneinkauf gar nicht sinnvoll ist, je nach Situation halt. Pensionskasseneinkauf gar nicht vous sunt..." Z